Ja, heute am Tag der Revolution, Christoph Krachten hat Mediakraft verlassen. Bis gleich! So, moin moin, ähm, ja, also jetzt ist der Tag, der Tag Null eigentlich gekommen. Christoph Krachten hat jetzt Mediakraft verlassen als Präsident, aber Spartacus Olsen ist geblieben. Also der Geschäftsführer von Mediakraft, äh, der CEO, Spartacus Olsen ist geblieben. Christoph Krachten musste seinen Hut nehmen und jetzt möchte Mediakraft, ja, angeblich, den Neuanfang wagen. Aber wie soll das denn gehen? Ich meine, alleine Krachten als Bauernopfer hinzustellen, führt doch zu nix. Es sind doch noch immer alle anderen da. Äh, Spartacus Olsen war doch derjenige, der die Pressenmitteilung rausgegeben hatte, damals als Hashtag Freiheit gewesen ist. Er, Olsen hätte damals noch den Laden retten können, indem er eine ordentliche Pressenmitteilung, so nach, vielleicht mal nach dem Motto, Ja, okay, kann's gehen, wir wünschen dir alles Gute, du kannst deine Kanäle behalten. Wenn er so etwas rausgegeben hätte, dann wird das Netzwerk heute sicherlich ganz anders dastehen als damals. Das war eine Fehlentscheidung, die halt nur die Spitze des Eisbergs der Fehlentscheidungen gewesen ist, von der Geschäftsführung von diesem Netzwerk. Damals gab es ja dann auch die Spekulation, weil halt die Pressemitteilung von Spartacus Olsen rausgegangen ist und nicht von Christoph Krachten, dass Krachten offensichtlich ja gar nix in diesem Unternehmen mehr zu melden hätte, sondern nur noch Spartacus Olsen. Das zeigt es heute wieder, offensichtlich hat ein Teil der Geschäftsführung geglaubt, ja, da Krachten ja eh hier nix mehr zu melden hat, aber wohl alle ja glauben und auch die Investoren, die dummen Investoren ja auch glauben, würden, dass Krachten halt der Tragen der aller Entscheidungen ist, muss er halt gehen. Krachten wird hier jetzt als Bauernopfer hingestellt, nicht nur er hätte gehen sollen, sondern auch Spartacus Olsen und das ist das große Problem an der ganzen Misere im Endeffekt. Jetzt ein Netzwerk muss man sich so vorstellen wie eine Luftblase, die halt in dem Moment am Platzen ist, wenn halt die Partner weggehen, wenn keine neuen Partner mehr hinzukommen und auch dadurch keine Investoren mehr hinzukommen. Momentan rennen immer mehr YouTuber-Media-Kraft weg, jetzt zuletzt erst Apecrime, Apecrime ist ja jetzt bei Tube1, Simon Unge hat halt, wie wir jetzt ja auch alle wissen, mit seinem persönlichen Weg dann auch Media-Kraft verlassen und versucht auch hier zu Tube1 zu gehen, wenn halt dieses Schemen der Verfahren aufgelöst ist, beziehungsweise wenn es nicht mehr da ist. Ich meine, er wird ja jetzt schon technisch von Tube1 supported und andere ja auch, wie zum Beispiel ein LeFloid. Und man hört ja auch, dass zum Beispiel ein Dehner, ein Aiblali, ein Tadel, ein Adi und noch viele weitere im Verlauf des Jahres diesen Saulahn, diesen Sauhaufen verlassen werden und ich nenne es ganz bewusst Sauhaufen, weil das, was damit gemacht wurde, ist einfach nur unternehmerisch eine Bankrotterklärung. Anders kann man das nicht bezeichnen. Für einen Spartakus Olsen ist, wie ich meine, für alles hauptverantwortlich, was da negativ gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, aus was für einer Wirtschaftsschule, die den rausgezogen haben. In jedem Fall ist das etwas gewesen, wo man einfach festhalten muss, andere Netzwerke gehen besser mit Krisenmanagement um. Es gibt natürlich auch in anderen Netzwerken Probleme, keine Frage. Aber da werden häufig, da werden im Normalfall die Probleme intern geklärt. Da findet man dann einen Kompromiss und dann ist auch gut. Und das hat bei Mediakraft überhaupt nicht mehr funktioniert. Und jetzt stehen die Gesellschafter und die Investoren von Mediakraft vor einem riesigen, riesigen Scherbenhaufen und versuchen jetzt quasi so zu tun, indem sie halt Krachten gegangen haben im Endeffekt oder gehen haben lassen. Ich glaube nicht, dass das ein freiwilliger Rücktritt gewesen ist. Er war ja dann, da musste einfach jemand dann als Bauernopfer hingestellt. Wäre möglichst nicht die wichtigste Figur, zumindest aus Sicht von der Geschäftsführung, nämlich Spartakus Olsen, sondern ein Christoph Krachten und das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Ich weiß da auch nicht mehr, was man da noch großartig drüber verlieren sollte. Mediakraft ist für mich ein Netzwerk aus dem letzten Jahrtausend und die hätten das retten können. Sie haben es aber nicht getan. Sie haben ihre Aufgabe verfehlt. Insoweit bedanke ich mich für jegliche Form von Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Euer Herr Newstime. Tschüss.